Opawa ist ein Ortsteil der Landgemeinde Luboka im Powiat-Kamir-Nogorski in der Wojwotschaft Niederschlesien in Polen. Geografie Opawa liegt im südlichen Riesengebirge an der Opau, einem linken Zufluss des Boba. Es wird über eine Stichstraße von Miskowice aus erreicht, die in Niedermiro endet. Nachbarorte sind Jakowice im Norden, Miskowice und Papotki im Nordosten, Luboka im Westen und Niedermiro im Südwesten. Jenseits der Grenze zu Tschechien, die in Ost-, Süd- und West verläuft, liegt im Süden Sekla. Es wird über den Grenzübergang Luboka-Kralowek erreicht. Geschichte Das Gebiet um Opau gehörte zunächst zu Böhmen und gelangte im 13. Jahrhundert an Herzog Boikoi. Zusammen mit dem Herzogtum Schweidnitz gelangte es 1368 an die Krone Böhmen und gehörte mit Buchwald. Schöpsdorf und Kunzendorf lehnsweise als Witwengut der Marita von Sedlitz, einer Hofmeisterin der Herzogin Agnes. 1378 verkauften Maritas Söhne Hans Schonevogel und Kunscherudner Opau und die anderen genannten Ortschaften mit allen Besitztümern und Rechten dem Zisterzienser Kloster Grüssau. Zur Bestreitung der Türkensteuer mussten 1558 Opau mit Kunzendorf, Schöpsdorf und Buchwald verpfändet werden. Während der Verpfändungsperiode entwickelte sich in den Dörfern das Luthertum. Ab 1568 war in Opau der lutherische Predikant Johannes Sintzius als Pfarrer tätig, der zuvor in Trautenau war. 1570 gewährte Abt Kaspar dem Opauer Schulzen das Recht, das entdeckte Steinkohlenlager zu erschließen. Nach dem Ersten Schlesischen Krieg fiel Opau 1742 zusammen mit Schlesien an Preußen. 1810 wurde das Kloster gut säkularisiert. Nach der Neugliederung Preußens 1815 gehörte Opau zur Provinz Schlesien und war ab 1816 dem Landkreis Landeschart eingegliedert, mit dem es bis 1945 verbunden blieb. Es bildete eine eigene Landgemeinde und war seit 1874 Sitz des Amtsbezirks Opau. Zudem auch die Landgemeinden Kunzendorf und Schöpsdorf sowie der Gutsbezirk Opau-Kunzendorf gehörten, lebten 566 Einwohner in Opau. Als Folge des Zweiten Weltkriegs fiel Opau 1945 wie fast ganz Schlesien an Polen und wurde in Opau war umbenannt. Die deutsche Bevölkerung wurde vertrieben. Die neuen Bewohner waren zum Teil Heimatvertriebene aus Ostpolen. 1975 bis 1998 gehörte Opau war zur Voivotschaft der Leniagora. Sehenswürdigkeiten Die katholische Filierkirche Sankt Hedwig wurde 1687 bis 1692 an der Stelle eines Vorgängerbaus als Kapelle errichtet, 1794 bis 1795 zur Kirche umgebaut und nach einem Brand 1905 wieder aufgebaut. Sie besitzt eine reiche Barockausstattung. Den architektonischen Hauptaltar mit Rahmungen schuf vor 1785 der Grüßauer-Bildhauer Josef Anton Lachel. Aus dessen Werkstatt vermutlich auch die Kanzel, Der dreitürmige Orgelprospekt sowie der Beichtstuhl mit einer Kreuzigungsgruppe in der Bekrönung stammen, das Hauptaltargemälde HL. Hedwig ist von 1863, es wurde von J.C. Schall gemalt. Der spätgotische Taufstein stammt aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Die Taufschale ist mit einem Abteiwappen der Grüßauer Zisterzienser verziert. An den Außenmauern der Kirche befinden sich drei Epitaphe aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Das ehemalige Schulzengut befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Punkt.